Musik Mit dem Essentag 1971 brachte die hessische Polizei mit Bundeswehr und Grenzschutz der Marburger Bevölkerung eine Show der Superlative. Angefangen mit einer Nummer des Deutschen Meisters im Kunstfliegen. Musik Mit den Ehrengästen mit Mit Fallschirmspringen, Angehörige der USA-Armee und der Bundeswehr. Musik Mit Fallschirmspringen Und natürlich mit den vielen internationalen Kapellen. Musik Mit Fallschirmspringen Mit Fallschirmspringen Besonderen Spaß hatten die Zuschauer an einem friedlichen Wettbewerb zwischen Bundeswehr und Grenzschutz. Musik Musik Mit Fallschirmspringen 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 Musik Musik Musik